Kommen zu einem neuen Card. Here is a mind and a magic. Wir wollen, dass meine Magier geht. Boah, auch so hin und her zu schwanken. Komm, lass mich Stufe 4. Dammit, ich darf Stufe 4 nicht bauen. Geh, he, 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 he. Kein Bock auf die Erzglobe. Oh, da ist der Erzengel. Soll ich Erzengel töten? Das sind Stiefel, ich will Stiefel. Ich will Stiefel, ich will Stiefel. Die ich will sieben will. Oh, ich werde da auch sein, sein. Nächste Sonde, bitte. Also, meine Isabella muss überleben. Das stimmt. Die Burg muss nicht unbedingt überleben. Schafft die Isabella das denn? Aber müssen wir jetzt erstmal gucken. Ob Isabella das schafft. Will ich hoch. Gefahr hoch. Die Burg muss ich nicht verteidigen, oder? Es steht, Maka, ah, Maka und dieser Welt müssen überleben. Die Stadt muss ich immer nicht verteidigen. Okay, da, Gefahr hoch. Ja, gegen die schaffe ich das nicht. Dann sende ich jetzt weg. Ich renne stumpf weg. Ich renne hier in die Burg. Oder ich hole hier... Ne, den zweiten Helden holen schaffe ich jetzt nicht mehr. Ich könnte es trotzdem den zweiten Helden holen. So, greifen wir das Ding an. Wird bewacht. Ja, natürlich wird's bewacht. Darum geht's doch. Darum geht es doch, die Wachen alle niederzumetzeln. Bei allem Tade langweilig kann man sich wiederbeleben. Feuerball. Ja, trifft die beiden. Sauber. Macht euch nicht schmutzig, während das Feuer euch niederbrennt. Auf den da hinten. Auf den hier vorne. Ne, die Geister erledigen den hier vorne gleich. Erledigt doch fünf davon, ja. Ah, das war eine schwächliche Verteidigung. Das war enttäuschend. Das war durch. Voll und ganz enttäuschend. Hm, Ressourcen gibt's dafür. Holzding. Ich finde, ich krieg inzwischen genug Holz. Und da ist ein immer voller Sack. Kann ich wahrscheinlich nicht mitnehmen. Beziehungsweise mitnehmen schon, aber nicht ausrüsten. Ja, der ein Ressourcen ist eh unendlich daher. Der ist zuerst dran. Ja, die Totengeister werden eh nichts ändern daran. Und Schuss. Autsch, das war böse und gemein von dir. Das war sadistisch und fies. Deswegen werde ich dich ertönen. Ganz einfach ist das. Ist das nicht simpel, das Leben in dieser Welt? Man wird geblitzt, Dings. Und schon ist alles aus. Man hat keine Probleme mehr. So, nehmen wir immer voll in den Sack diese Runde nicht mehr mit. Na, dann interessiert mich das erst nicht. So, der Kale wird jetzt meine Burg ohne Verteidigung angreifen, der da unten. Das ist mir nicht... Wow, er hat die Knochen-Klachen-Fiecher-Dingern da gekillt. Das finde ich, das ist mir unsympathisch. Wow. Du ländst zu schnell. Du kriegst die Isabella, schaffst du noch zum Burg da, oder? Die ist nicht mehr so weit weg, oder? Und mir keine Angst, Junge. Weil in der Burg sollte ich... Ja, sie schafft zu Burg. In der Burg kann ich ja auch einhänden und rotieren. Hier sollte ich genug einhänden und rotieren können. Aber ich sehe auch noch Zauber dazu. Genau, das ist auch positiv. So, jetzt bitte... Ja. Wer macht doch? Was? Ich kann platz in der Armee. Ich muss das Zeug upgraden. Das ist upgradet, das ist upgradet. So, und zusammenpacken. So. So, so. So, so. So. Ja, und jetzt... Die da... Die da... Die da... Die Kerl ist eh so. So. Yep. Ich könnte... Ah, ich könnte... Dann passen die Einheiten zusammen. Dann mache ich... Yes. Und die Kerle, kann ich dann upgraden? Wohohohoho! 600 galera schützen! Funny... Funny... Die Kerle dann bitte auch. Upgraden. Jetzt passen sie... schon fast alle in einer mir ich könnte noch also die kerle haben bei ihr vielleicht eine verringerte musa oder so das zeug hat sie so mit dieser armee sollte der kerl ja wohl nicht mehr gefahr hoch sei gefahren aber alle war noch also das könnte ich sollte der book bleiben vielleicht das wäre sicherer jetzt spät falls ich sterbe werde ich die burg sein und der buch habe ich dann na ja immer voller sagt müsste es ein umhang immer voller goldsack ist ein umhang du hängst dir einen fucking goldsack um du bist markal der toten beschwörer ein mächtiger naja ich habe es ja nicht gemacht reicht es nicht denn dass das ding im inventar ist ich will da hoch da komme ich nicht damit ich wollte zu dem engel ich wollte mir die stiefel holen dann brauche ich jetzt komme ich hier hin hier ist ein weg da komme ich hin so soll der kerl wird mich jetzt angreifen das könnte ein verdammt ich habe enter gesagt könnte eine verdammt schwieriger kampf werden da kommt kerl an ich bin der buchstehende länder und er leistet mich gar nicht an dann greife ich auf jeden fall an wenn du wechseln ist dann hast du deine schwäche gezeigt ich könnte mir hier noch mal neue einheit kaufen ach so ist der zweitag ich dachte ich dachte das wäre er aus ja nein ich erreich ihn nicht doch hier war ich ihn ganz knapp ich habe ich nicht okay jetzt die bis auf meiner seite steht nicht alles zusammen der kerl im magier flächen zauber allerdings uns so schön verteilt genauso will ich das so ich hätte dich nieder wechseln wo der aber auch ordentliche zahlen hier 600 von den exemplen steht so ne 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 jetzt wird es nichts dran die magier hier dem ist klar jetzt erledige sie mach sie fertig das war nicht super effektiv das war schon effektiver ja ja das war gut das war verdammt gut so tote erwecken kann ich ja ich kann hier noch mehr haben hier noch mehr zauber langsam verwundbarkeit verfall blitzstelle machen das macht alles bei ihr kein schaden 104 schaden so alle treffig drei hundert auf jede 200 schaden also okay geister nach vorne ich weiß gar nicht wie weit die alle kommen das ist und ich komme so weit dass ich zuerst angreifen kann erledigt 20 jetzt sauber sauberer schlag so als kerne zwei bis vier titan ich würde gern die titan loswerden 3 aber etwas immerhin etwas zwar keine völlige enttäuschung und meine erste hilfe zelt halt auch noch meine einheiten da ist einer gestorben da sind abgestorben so was hast du drauf du zwerg verteidigungs zauber ich hätte auch meine wundervolle balliste noch erst das nächste wann wen darf man zum bitten erledigt keinen davon sie das sollte den erledigen zack genau so hat das auszusehen keine gegen mehr sonst hätte er sich damit wieder gesagt wieder geheilt gewesen auch mich nicht an schön daneben gestanden bohrt 105 ja 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 das viel viel besser als ich erwartet hatte im fall von gegen normale gegen die gegner wo gefahren normalstand bin ich einigen mal verreckt aber hier hat er sich offensichtlich getäuscht so wer ist dann kein schimmer der part endet hier jetzt sofort auf der stelle